In der vollständigen Yoga-Atmung nutzt du dein Lungenvolumen, soweit es irgendwo geht. Vollständiger Yoga-Atem bedeutet, dass du die Lungen vollständig füllst beim Einatmen und vollständig leerst beim Ausatmen. Wenn du nach dem Einatmen beim besten Willen nicht mehr einatmen könntest, dann hast du vollständig eingeatmet. Wenn du nach dem Ausatmen nicht mehr ausatmen könntest, selbst wenn du wolltest, dann hast du vollständig ausgeatmet. Und die vollständige Yoga-Atmung ist eine Atmung, wo du dein Lungenvolumen so weit ausnutzt, wie es geht. Das geht dann erstmal so, du atmest vollständig aus, dann atmest ein und gibst erst den Bauch etwas nach vorne, dann Bauch und Brustkorb nach vorne, du dehnst auch die Rippen zur Seite aus und dann wird auch noch das Schlüsselbein nach vorne und oben gebracht. Beim Ausatmen senkst du Schlüsselbein, Brustkorb geht hinein, Flanken gehen etwas nach innen und dann atmest du den Bauch mit dem Bauch noch aus, Bauch geht ganz hinein. Du atmest vollständig aus, erst Bauch nach vorne, dein Bauch und Brust nach vorne und dann Flanken zur Seite und auch noch die Schlüsselbeine nach oben und so atmest du dann vollständig aus. Diese vollständige Yoga-Atmung ist ein Trainingsreiz für deine Lungen. Wenn du fünf bis zehn Minuten am Tag die vollständige Yoga-Atmung übst, wirst du merken, dass deine Lungenkapazität sich erhöht, auch deine Ausdauerfähigkeit wird sich verbessern, was zum einen für Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen und so weiter hilfreich ist oder auch zum Treppensteigen, aber vor allen Dingen ist es gesund. Die vollständige Yoga-Atmung ist eine gute Prävention gegen zum Beispiel Kurzatmigkeit oder auch Herzinsuffizienz. Die vollständige Yoga-Atmung erzeugt auch ein Gefühl von Freude und von Leichtigkeit. Und sie ist eben auch damit verbunden, dass du vorne weit wirst. Du kannst nicht vollständig atmen und eingesunken sein. Vollständige Yoga-Atmung gibt auch ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit. Wann übt man im Yoga die vollständige Yoga-Atmung? Im Yoga fängt man erst an, die Bauchatmung zu lernen. Das heißt, vollständig ausatmen und sanft einatmen. Vollständig ausatmen, sanft einatmen. Denn zunächst mal ist wichtig, wirklich vollständig auszuatmen, auch die Bauchorgane zu massieren und das Sonnengeflecht zu aktivieren. Erst wenn du die Bauchatmung gut beherrschst, bist du bereit für die vollständige Yoga-Atmung. Und so machen wir zum Beispiel bei Yoga Vidya erst im Yoga 2 oder 3 typischerweise in der 11. oder 12. Woche eines Kurses machen wir die vollständige Yoga-Atmung. Die übt man dann als Pranayama, als Atemübung, zum Beispiel im Stehen und Sitzen. Und man kann dann auch anfangen, die vollständige Yoga-Atmung in die Asanas zu integrieren. Du kannst auch die vollständige Yoga-Atmung üben, den Zwischenatmungen bei Kapalabhati. Du kannst die vollständige Yoga-Atmung üben beim Sonnengruß und während du die Asanas statisch hältst. Es gibt ein paar Pranayamas, wo du automatisch die vollständige Yoga-Atmung übst. Dazu gehört Shitali, Siddhkari und Brahmari. Und im fortgeschrittenen Pranayama, wo auch Jalandharabhanda wichtig ist, spielt auch die vollständige Yoga-Atmung eine wichtige Rolle. Anleitungen zur vollständigen Yoga-Atmung findest du auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de www.yoga-atmung.de